Es geht um einen Neustart und ich glaube, diesen Neustart, wenn wir da den Schalter haben, den Knopf haben, dass wir wissen, mit diesem Knopfdruck starten wir einen Neustart, ja den brauchen ganz viele, weil viele immer noch ein bisschen gehemmt sind. Wir haben heute super energetische Unterstützer, aber auch das nächste Produkt ist vielleicht euer Neustart und zwar in Form von einem Armband. Ganz allerdings auch hier muss man sagen, nur vorbestellbar ist der Gabriele schon aus den Händen gerissen worden. Gibt es auch in zwei Farben dann zu bestellen? Nein, nur in einer Farbe. Nur in Gold? Ja. Ah ja, natürlich, nur in Gold. Nur in Gold, aber sieht natürlich auch in Gold extremst edel aus und was ihr da noch sehen könnt, das ist natürlich auch wieder ein Heilstein, ein Edelstein, ein Amethyst nämlich. Und auch dieses Neustart Armband war, glaube ich, bei dir in deiner Sendung, in deiner ersten Sendung auf deiner Internetseite innerhalb von fünf Minuten ausverkauft. Deswegen, die Neubestellung für euch ging jetzt schon raus, dauert noch ein bisschen und wir hoffen, dass wir da nie auch innerhalb von fünf Minuten ausverkauft sind. Wenn es so sein sollte, dann hätte ich noch eine Alternative zu dem Armband, nämlich dieses schöne Schmuckstück gibt es auch noch als Kette. Ich möchte aber nicht sagen, wie viele Ketten wir jetzt noch auf Lager haben. Ich sage einfach mal ganz klar, zu wenig. Zu wenig Ketten sind noch da und die Ketten kommen auch nicht nochmal. Vielleicht können wir jetzt mal die Kette kurz mal zeigen. Das ist das Armband, aber es gibt eben auch die passenden Ketten dazu. Da ist auch der Amethyst dran und das Besondere an dieser Kollektion ist, und ihr könnt es vielleicht auch schon erkennen, da ist so ein kleiner Karabinerhaken beim Amethyst. Und das liegt daran, dass es noch die passenden Erweiterungssteine gibt, die natürlich auch eine große Wirkung haben. Und was sind die Erweiterungssteine? Natürlich zwei der wichtigsten spirituellen Steine, die auch sehr, sehr gut in Harmonie mit dem Amethysten gehen, nämlich der Bergkristall und der Rosenquarz. Die kann man auch einzeln kaufen. Genau, die kann man auch einzeln kaufen. Die kann man zum Beispiel auch an jede andere Kette natürlich dran klipsen, wenn man sagt, okay, die gefallen mir ganz gut, weil die Machart eben mal wieder sehr außergewöhnlich, sehr modern, sehr schick ist. Also das so viel zum Thema Neustart. Neustartkette steht kurz vor dem Ausverkauf, mit dem Amethyst kommt nicht wieder. Die Armbänder sind bestellt, da müsst ihr ein bisschen drauf acht gehen, also ein bisschen drauf warten, aber sind vorbestellbar. Auch hier nicht so lange zögern. Und wenn dann auch wieder alles in den Ausverkauf gegangen ist, dann kann man sich aber trotzdem noch zwei sehr, sehr schöne kleine Anhänger natürlich bestellen. Die kann man jetzt schon ans Armband klippen, also zum Amethyst, die kann man aber auch an jede andere Kette klippen. Kann man überall hin. Da geht es um die Liebe natürlich mit unserem Rosenquarz und um viel Energie mit unserem Bergkristall. Genau. Das sind also wirklich jubilierst wahre Steine. Die sind ganz hochwertig und ich habe nicht damit gerechnet, weil das hat natürlich einen anderen Preis, muss man einfach sagen, wie eben ich sonst hier Produkte anbiete, besonders bei der Kette und beim Armband. Aber ja, es ist auch wirklich etwas ganz Besonderes. Auf was gucken wir denn jetzt als allererstes? Mal auf die Kette oder auf die Armwelle? Was meinst du? Ich würde beides, Armband und Kette, kann man wirklich zu... Es kommt immer mit einem Amethystwürfel, denn ich sage ja immer, wer mich kennt, da sage ich immer, welchen Stein sollte man immer bei sich tragen? Egal, ob als Ohrring, Ring, als Trommelstein in der Tasche oder eben als Armband, ein Amethyst. Denn der Amethyst, der ist dafür da, dass er alles, was uns negativ belastet, immer ins Positive bringt. Sieht auch toll aus in der Kombination mit unserem Monatsangebot, oder? Ja, weil der Amethyst ja auch mit diesem Lila, mit diesem zarten Glanz passt natürlich sehr, sehr gut hier zur Leichtigkeit und eigentlich unterstützen die sich auch energetisch super. Ja, die passen wunderbar zusammen und auch optisch wunderbar. Es ist wirklich die reinste Jubilierware. Ich habe nicht gewusst, dass die Nachfrage trotzdem so groß ist. Deswegen ist das Armband schon in den Ausverkauf, aber ich habe es schon nachgeordert und es ist wirklich die höchste, die reinste Form vom Amethysten dabei. Und man kann sich zusätzlich, und das haben ja auch viele gemacht, sich zum Beispiel eben noch diese Anhänger, die kann man überall, es kommen auch monatlich weitere kleine Würfelchen dazu. Aber wie so ein Bettelarmband, kann man es wirklich so ein bisschen aufbauen dann, ja, mit weiteren Heilstellen. Das ist eine schöne Idee. Ja, und es ist ja nicht nur der Heilstein, sondern man sieht hier auch immer der Schwingungscode. Also hier ist der Schwingungscode am Amethyst darauf, dass alles, was in dir negativ arbeitet, dass es ins Positive kommt. Den sieht man hier auf der Seite ganz klein oben ist natürlich die Energiespirale darauf und da bekommst du von der Uschi jedes Monat natürlich auch Quantenresonanzenergie. Das, was in dir negativ arbeitet, ins Positive verändert wird. Es ist auch, wenn du diese Kette angreifst oder dieses Armband, das ist richtig weich, dieses Sterling Silber vergoldet. Das hat so eine Weichheit, das ist eben wirklich, weil es extremst hochwertig verarbeitet ist. Hat sogar zusätzlich noch ein Verlängerungskettchen, sodass es wirklich auch an jedes Handgelenk passt. Also egal, ob man ein schmaleres hat oder ein etwas kräftigeres, man kann es dementsprechend natürlich auch einstellen. Man kann es auch ganz, ganz klein einstellen, man kann es weiter einstellen. Also auch hier ist es natürlich für jedes Handgelenk geeignet und es hat natürlich auch wieder diesen Mehrwert, den ihr als Geschenk obendrauf dazu bekommt. Nicht nur einen wirklich hochwertigen Schmuck, sondern eben auch noch diese spirituelle Energie, damit ihr den Neustart beginnen könnt. Ja, und es ist natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel, kann man ja auch diesen Anhänger, den Rosenquarz sich extra dazu nehmen, dann oder auch woanders darauf hängen. Ja, also das ist ja egal. Er hat ja alles, hat einen kleinen Karabiner. Und da ist natürlich auch zum Beispiel der Schwingungscode darauf für die unendliche Liebe. Deswegen heißt dieser kleine Anhänger auch unendliche Liebe. Da geht es um den Rosenquarz. Und der Rosenquarz, der steht eben dafür, dass man emotionale Wunden heilen kann, Beziehungsängste abgebaut werden. Das ist aber auch der Stein, der zwei Menschen miteinander verbindet. Ein tolles Partnerschaftsband. Also als Geschenk für die Partnerin zum Beispiel oder für die Mutti und die Tochter oder Enkelkinder oder so. Und vor allem das Schöne ist, und das ist ja auch total gefragt, diese Pandora, diese Battle-Armbänder, wo man wirklich im Grunde genommen nochmal in die Veränderung gehen kann, was die Optik anbelangt. Aber das Schöne ist ja hier, wir können auch energetisch in die Veränderung kommen. Und es kommt automatisch schon mit dem Amethyst, also dem Bodyguard quasi. Ja, der ist immer dabei. Genau, der für den Neustart ja wirklich das A und O ist. Und dann können wir uns immer noch entscheiden, was brauchen wir denn sonst noch als Neustart? Brauchen wir die Liebe? Brauchen wir die Energie? Die Vitalität? Und einiges mehr wird noch kommen. Das heißt, ihr solltet euch dieses Armband nicht entgehen lassen, weil die Würfel, die kommen noch. Aber ob es das Armband dann noch gibt, das ist eben fraglich. Das steht nämlich jetzt auch schon wieder kurz vor dem Ausverkauf. Genauso wie die Kette. Armband ist nur vorbestellbar. Die Ketten, da haben wir noch ganz, ganz wenige auf Lager. Also wenn der Neustart ganz schnell zu euch kommen sollte in Form der Kette, dann solltet ihr jetzt schnell zum Telefonhörer greifen und euch die Kette bestellen. Das ist mein kleiner Tipp. Ansonsten Armband könnt ihr im Moment natürlich auch bestellen, aber nur vorbestellen. Denn das war schon im Ausverkauf. Und wenn die Kette weg ist, dann ist sie weg, dann kommt sie nicht wieder. Wenn das Armband weg ist in der zweiten Auflage, dann ist es auch weg. Dann gibt es zwar immer noch die Würfel, aber wenn ihr das Armband nicht habt, wäre es ja schade. Ja, aber es kann auch sein, dass die Würfel sind ja gleichzeitig mit den Armbändern über. Also die Würfel werden auch gerade neu produziert, werden auch innerhalb der nächsten... Du machst mich fertig. Ja, aber ich mache mich selber fertig. Das ist ja wirklich furchtbar. Aber es ist so... Nochmal, für die, die später eingeschaltet haben, ich möchte es einmal noch mal kurz zeigen. Es gibt ja auch bei uns beim Fernsehen, auch für die Kollegen in der Regie, immer so Ablaufpläne. Und da machen wir uns so kleine Notizen, das heißt, dass wir hier auch sehen, vorbestellbar zum Beispiel, das war beim Sonnenjahrring, das habe ich mir aber natürlich auch noch aufgeschrieben. Ne, da kommt das Video bei 16 Minuten von der Uschi später. Aber da sind so kleine Merkmale und hier kann man ganz klar sagen, was hat die Gabi da schon letzte Woche mir zugeschickt, nämlich ein Alternativprogramm, falls einiges in den Ausverkauf gegangen sein sollte. Und es kann sein, dass wir ab morgen schon mit dem Alternativprogramm spielen müssen, weil wir einige Schmuckstücke gar nicht mehr anbieten können, weil wir selbst dann schon wissen, dass die Sachen, die vorbestellbar sind, vielleicht auch schon wieder weg sind. Ja, ich möchte noch kurz zum High Energy Anhänger gehen, also zum Bergkristall. Man kann die ja einzeln, man kann die ja auch an eine andere Kette, obwohl ich muss sagen, so eine schöne Kette wird man nirgends bekommen in dieser Qualität um diesen Preis. Aber gut, High Energy, da ist der Schwingungscode darauf, auf diesen kleinen Würfelchen, für eine stabile finanzielle Situation, dass man finanziell stabilisiert ist. Der Bergkristall steht aber dafür, an und für sich ist er ja der Stein, der religiöse, spirituelle Scham, der Stein, der bei den Haupt, der Hauptstein der Schamanen, der alten, hohen Priester ist. Und der steht natürlich dafür, dass er die Chakren reinigt, dass er die Blockaden auflöst, also ein ganz wichtiger Stein. Es ist ein Stein, der eben dich in deine eigene Energie wiederbringt. Also man kann diese kleinen Würfelchen auch immer, Anhänger natürlich, auf eine andere Kette oder ein anderes Armband hängen. Solange der Vorrat hat. Solange, das ist das Thema. Egal, ob es jetzt hier die Energy Anhänger sind oder natürlich auch die Liebesanhänger. Sind auch nur vorbestellbar, aber auch nicht unendlich. Genau, und die Kette, die, wenn die weg sind, oder haben wir wirklich nur noch eine ganz, ganz kleine Stützallauflage, die ist gar nicht mehr vorbestellbar, sondern die könnt ihr euch jetzt nur noch sichern. Wenn die dann gleich weg ist, vielleicht ist sie auch schon weg, ich weiß es nicht. Wir wissen es erst um 19 Uhr, ob wir sie morgen überhaupt nochmal anbieten können. Genauso, was die Armbänder anbelangt. Also auch hier nicht zögerlich sein, sondern am besten jetzt sofort zum Telefonhörer greifen. Und ich sage es einfach nochmal dazu, aber das hat sich seit heute um 17 Uhr nicht geändert. Es kann zu Wartezeiten kommen und die bestehen nach wie vor. Das bedeutet wirklich Nummergebühren frei. Alles, was über 150 Euro Bestellwert hat, kommt versamtkostenfrei zu euch nach Hause. Also auch das sei nochmal erwähnt. Und hier nicht so lange überlegen, wenn ihr vielleicht sagt, naja, vielleicht gucke ich dann im Februar nochmal nach, auch auf der Internetseite von Gabriele Iersetter, dann werdet ihr diese Angebote nicht mehr finden. Denn die, und ich könnte mir vorstellen, dass die Neustartkette bereits weg ist, aber das wissen nur die Kollegen im Callcenter. Anrufen, Nummergebühren frei. Wir melden uns gleich zurück. Viel Spaß beim Shoppen und bis gleich.